Wir reden jetzt von der Moritz-Bastlein. Ja, die Moritz! Ein Haupt für große, große Welter aus der Welt. Und natürlich auch ein Haupt für Menschen, die ganz noch fährt wollen, die fährt irgendwann, auch hier, auf dieser fühlten Amperwürde stehen wollen. Weil dann hat man es geschafft, dass man eigentlich alles in der Läden im Leben und man sich fast zum Sterben hinlegt. Wenn man einmal hier rutscht, ich mach das auch nach der Nacht und Abend hier. Alles in der Welt. Ich denke, wir gehen jetzt von einem Glas, den sich viele Vorhaben mittlerweile als zwei Wohnungen herausgesucht hat. Und das zu Recht, ich bin auch gerne durch den E-Generlaub hier. Auch! Und es wird jetzt ein ganz großer Moment. Weil beim Neujahrzeug immer war, die ganze Jahre weiß, dass die Ausfälle der Moritz-Bastlein immer gut war für emotionalen Glück, und wir sind noch ein Positiv. Ich denke an Ihren Auftritt als die roten Gitarre. Ich denke an das letzte, an die Versprung. Heute geben Sie uns die Clicktop-Hartliner-Schnelltest. und ich bin noch ein Positiv. Und die Versprung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020